willkommen zurück zu sim city wir befinden uns in elektro city wo wir jetzt langsam in richtung zukunft marschieren oder so ähnlich wohl eher okay wir machen gut gewinnen und können wir wollten ja mit großprojekt machen ach so das kostet natürlich ein bisschen was das hier wollten wir 500.000 okay es müssen wir erst mal zusammen bekommen plastik legierungen pro zonen ja doch bekommen wir hin irgendwann mal es kann noch dauern länger so was müssen wir denn alles machen ich habe bin gerade wieder in der neuen aufnahme war gerade ewig weg und bin froh dass ich wieder zu hause bin und kult städte ja können wir machen obwohl es ist eigentlich ja wohnplatz also nie sorry und 4000 nie ja das können wir dann machen megatürme will ich auf jeden fall später noch haben ja was willst du denn gerade okay was auch immer das war stellen sie 3000 ja ein paar küssen halt herstellen bogen mit viel spinnen hoch und das ist was willst du was sollen wir machen also ausbauen ich habe keine ahnung das hatten wir denn noch nicht ich bin nur aber gar nicht mehr sicher schließlich das jemals so an ich bin auch leicht erkältet aber das kommt natürlich daran dass ich weg war und die mich alle angesteckt haben jetzt habt ihr hier einen kleinen erkälteten maße meine nase das ist schlimm dann kennt ihr das wenn die so ein bisschen zu ist aber auch dann nicht war das klang jetzt egal und haben die hier jetzt eigentlich schon bessere ist ein handelstipo ne kläranlage und so passt alles anscheinend gerade strom genug wasser genug abwasser zu wenig oder naja egal hat hatten haben wir hier ein gemeindehaus erst oder wissen das ist schon gerade dachte schon dachte schon es wäre jetzt ein bisschen krass gewesen die zinne die zinne okay wir können gar nicht viel machen weil alles passt veranstaltung war okay es hat sich gelohnt war es müsste ich gleich vorbei dann sein und dann können wir ein neues machen aber wir haben hier den vollen gewinn bekommen das ist ja klasse boah da ist es richtig nice haben sie auch heftig gefeiert ne veranstaltung plant vielleicht können wir ja dann hä wir hatten irgendwie 88.000 oder nicht machen wir das mal und sehen wie viel wir da rein bekommen und wir haben null verlassene gebäude zukunft ist schön und das hier wie sieht sie aus könnte man mal anbauen ähm das hier vielleicht oder wo kann man das hier so naja und hier so perfekt ja dann können wir hier direkt davor dann diese gebäude setzen hier noch so ein schönes erdsteilchen hier das noch und dann können wir das ganze zeug exportieren hoffe ich mal wenn nicht dann wäre es scheiße aber das handelsdepot ist ja dafür da ne Öl haben wir immer genug doch das passt alles gefällt mir 16 prozent erforscht für die akademie stufe nummer 3 was haben wir denn alles ich will auf jeden fall auf einem megatumpen oder wir sparen erstmal auf das großprojekt ich glaube das großprojekt wird sich am meisten lohnen jetzt zu bauen hm mal gucken wir können wieder ein upgrade machen das ist schön aber brauche ich grad nicht so wie sieht es denn hier aus die arbeiten nicht oder achso bis die abfuhrschicht anfängt warten die noch ahja ok dann wartet noch wenn er meint ich baue dabei hier aus ah das ist blöd hier könnte ich ja wenn sich schon so anbietet ne bauen wir es ja halt gleich voll aus kann doch nicht schaden und wir machen sowieso viel zu wenig ja dann wird es eh Zeit oder war das für heute wahrscheinlich ich hoffe mal dass es hier dann gut geht ich nehme jetzt auch nicht allzu viel auf erst später wieder wahrscheinlich denn ich muss jetzt natürlich wieder oh was ist denn hier los natürlich wieder schauen dass ich hier ein paar Folgen rein bekomme so jetzt aber ne so war die nicht verbunden wie doof ist denn das das kann aber nicht sein hier was soll denn das werden ja äh hier ist eigentlich voll viel ungenutzt ja das geht natürlich nicht ne warte hier kann man noch ausbauen oder das haben wir irgendwie so mhm so dann können wir hier noch ein bisschen was hinzufügen aber mehr eh nicht hier unten muss eh nicht so viel sein das bringt es hier auch gar nicht so und die Gebäude werden auch wieder größer achso das war nicht verlassen okay die Gebäude wachsen schon wieder das ist schön das ist schön zu sehen ich hoffe nur dass es dann so schön bleibt hier geschlossen lager voll cool aber auch scheiße macht ihr hier nix oder ihr seid voll ausgebaut also bitte oder wir brauchen ein zweites ähm könnte man hier so irgendwo hin bauen hier wäre frei hier höher vielleicht weiß ich auch nicht könnte man auch schneller handeln theoretisch oder oder spricht da was dagegen hm mal gucken vielleicht bauen wir einfach noch eins huh wir können eine Handelszentrale vielleicht bauen wir die ja auch mal die haben wir ja auch noch nie gebaut ist hier viel erz ist mir egal wir können sowieso nicht immer alles abbauen okay was können wir jetzt hier machen achso man muss so eine bestimmte huch huch das wollte ich ja gar nicht mach das wieder weg das ist doch hässlich hm hm ähm das reißt hier echt alles weg das lohnt sich ja dann gar nicht für was brauchen die dann ein Schild bitte hm hm okay ich glaube ich sollte mir ein paar Taschentücher holen für später ich will ja noch ein bisschen mehr aufnehmen aber erst später das ist grad schlimm ne mit so einer so einer zu nase keine ahnung wie man das jetzt sagen soll könnte jetzt wieder geschlossen lager voll ach du scheiße hm hm hier könnte man ja ausbauen okay dann können wir hier jetzt alles erz machen theoretisch und dann einfach alles exportieren dann hier noch ein paar Transporter hin und fertig so und jetzt nur noch die Lieferung verwalten und exportieren und das Handy sagt ich soll aufhören okay ich hol mir mal ein bisschen Taschentücher und ne Decke wahrscheinlich naja gut es ist eigentlich warm genug noch naja dann ciao